Hallo zusammen! Es ist für Anfänger und speziell auch Kinder wahnsinnig wichtig, dass sie in Rückschlagspielen sofort Erfolge haben und in den Ballwechsel reinkommen. Und ich verwende dazu immer die sogenannte Bagger-Methode, das Bagger-Anspiel. Das sieht dann so aus mit dem Bagger. Die Baggerschaufel hält den Ball fest auf der vorderen Seite vor dem Körper. Hinten ist man mit dem Schläger bereit und bei Street-Racket darf der Ball immer einmal zu Boden fallen. Das heißt, jetzt öffnet sich einzig und allein die Baggerschaufel und lässt den Ball zu Boden fallen. Und wenn ich das jetzt kombiniere, sieht das so aus. Baggerschaufel öffnen, einmal auf den Boden und spielen. Und das mit diesem Bagger funktioniert viel besser, denn ich habe das mit diesem Bagger-Bagger-Bagger-Bagger-Bagger-Bagger-Bagger-Bagger-Bagger-Bagger-Bagger-Bagger-Bagger-Bagger. Das ist besser als ein klassischer Fehler, den leider viele Menschen machen. Und das sieht dann eben so aus. Sie werfen den Ball zu Boden, was das Timing viel schwieriger macht. Das geht nicht.